hallo und willkommen zurück zum crashkurs alles was man über mods und tunings und ausrüstung wissen sollte erster teil bei mir heute neben mir ist gerade frisch eingetroffen von der 7 days to die uni aus berchtesgaden der chef an herr doktor doktor professor stefan ist das denn also gut also ich habe ja schon ein paar mods eingebaut und zwar habe mir den knüppel hier genommen und da ist drin ein stacheldraht mod den brennender schaft mod den bekräftigende griff mod und der strukturelle klammer mod was kann ich noch machen weil könnte ich besser machen herr doktor professor du könntest ein beschwerten kopf mod rein setzen beschwerter kopf mod haben wir den denn den haben wir bestimmt irgendwo ja hammer 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 strukturelle klammer bringt auch noch mal was der strukturelle klammer habe ich ja schon drin ach den kopf kann ich nicht einsetzen in den knüppel geht nicht der geht doch jetzt geht da rein im ersatz zu irgendwas anderem nein er ist drin okay prima da habe ich den ja schon mal voll so mein bogen da habe ich jetzt drin kunststoffsehne mod bei dem bogen kann ich dir nicht wirklich helfen okay ich benutze den so gut wie gar nicht okay dann dann herr doktor professor hat das noch nicht studiert okay dann was haben wir noch in meiner ak 47 was ich ja jetzt gehört habe eine mp5 ist besser weil leiser definitiv okay das heißt meine mods da raus dann brauche ich ja auch die 7,62 munition nicht mehr also ich habe in meiner mp5 ein visier drin sichtbereich mal zwei mod haben wir denn noch eine mp5 ja ich habe eine das ist schön für dich ich habe keine geschwärts gefärbt in schwarz aha aber in der kiste ist keine mehr drin gerade kann ich denn eine bauen ich weiß nicht hast du gerade könntest ja das hier ansprechen ob er es eine bauen kann finde ich die denn schützengewehr automatisch rotflinte taktisches sturmgewehr das ist auch unter dem p5 auftauchen ne taucht es aber nicht m60 kannst du das nicht herstellen ok gut was stellen wir hiermit fest ich nehme wieder meine ak 47 habe ich also verändern ich habe einen mündungsbremse mod muss ich erstmal sehen ob ich überhaupt noch eine ak 47 habe nö habe ich gar nicht mehr ja ist für mich outdated ich habe aber jetzt eine so ich habe ja nun mal nichts anderes aber grundsätzlich ak 47 verlängerter lauf bringt was verlängerte lauf haben wir nicht doch hier sind ja waffen schluss 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 wie sieht das ding denn aus was denn ein ziehbarer schaft mod habe ich hier das geht auch für ungezielten schuss gut wieder wenn du sagst es verlängerter laufmann mal gucken weiß ich nicht ob wir sowas auf vorrat haben Nee, haben wir offensichtlich nicht. Ich guck mal gerade, ob man den bauen kann. Vergrößerter Gewehrlauf-Mod. Ist das der? Verlängerter Gewehrlauf. Okay. Ich halte den Forschot finden. Wobei ich mit der AK-47 nicht der wirkliche Spezi bin. Die habe ich nur temporär eingesetzt. Ich habe mich jetzt unterlassen priorisiert auf die MP5 und das Scharfschützengewehr. Ich glaube, ich habe ja nun mal keine MP5. Verlängerte Blablabla gibt halt der vergrößerte Gewehrlauf. Und er sagt, das ist es nicht. Vergrößert oder verlängert? Hier steht vergrößerter Gewehrlauf-Mod. Geld einfach mal her und pack es rein. Da kann ich mal auf Erklärung gehen. Erhöht Schaden, Reichweite und Zielgenauigkeit, aber macht die Waffe unhandlicher, wenn sie aus der Hüfte abgefeuert wird. Ja, das ist nicht so schlimm. Okay, warte, dann projiziere ich einen. Dann brauche ich Zimmer Stahl. Das sollten wir haben. Das sollten wir haben. Das ist ja auch vergrößerter Gewehrlauf, nicht verlängerter. Jo, danke. Ja, länger und größer ist immer so ein Thema. Nee, steht da so dran. Ob das da steht, aber die Frauen wollte halt was ganz anderes, ne? Ja, naja, das ist halt immer die Frage, ne? Dicker, länger, breiter und so. So, Öl brauche ich tiefer. Tiefer. Ja, Fahrgestell halt, ne? Fahrgestell. Naja. Beim Tuning, weiße. Mhm. So, fertigen. So, ist in der Produktion. Also, was noch? Ähm, naja, Pistole mit Schaltdämpfer. Ja, okay. Dann brauche ich auch noch Stimmen. Na, kommt. Ähm, Magazinerweiterung. Aber die müssen wir eigentlich vorher vorrätig haben. Oh, wir haben einen 6er Compound-Bogen inzwischen sehe ich gerade. Ja, ich habe es gerade mitgebracht. Danke. Pistole haben wir als größtes nur 4er. Besser als nix. Jo. Jo. So. Kann ich auf jeden Fall schon mal den Schalldämpfer nehmen, ne? Jo. Ja, hoch. Und ne, ähm, ja, ähm, ne Magazinerweiterung. Mhm. Haben wir ja auch drauf. So, und es davon noch eine gibt. So, muss ich ja noch eine produzieren. Ne, gibt keine mehr. Ich muss eine produzieren. Und wenn du überlegst, äh, die Pistole auch bei der Hortennacht einzusetzen, oder generell gegen stärkere, spätere Gegner, dann wäre auch ein Strahlungs-Schutz ein ferner Mod. Empfehlenswert. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Nicht so blöd. Wo ist denn hier Schmückzeuge? Ein paar Eisenmaß. Tuppes. Eisen brauche ich fünf. Ich brauche Kleber. Kleber, wo finde ich den? Ah. Ja, der müsste bei Rohstoffen sein. Alles klar. Oh, was brauche ich noch? Agarzinvergrößerung. Mechanische Teile und Federn. So, und Federn. So, ist auch ein Production. Alles klar. So, was noch? Bier. Hm? Hm? Ähm, ich weiß nicht, wie deine Rüstung aussieht, aber, äh... Dann bleiben wir mal bei den Waffen-Mods. Also, ich habe hier zum Beispiel noch einen Sichtbarkeits-Bereich viermal-Mod in meiner AK drin. Das ist, denke ich, mal sinnvoll, oder? Ja, vierfache. Ja, vierfache ist so okay. Ja, dann habe ich einen Waffentaschen-Lampen-Mod drin. Dann habe ich den Lehm-Sie-Mod. Ähm, ja gut. Ja, kann man langsamer machen. Ja, kann man langsamer machen. Und die Mündungbremse. Oh, da fällt mir gerade auf, ich habe ja keinen grünen Mod drin gehabt. Den sollte ich aber jetzt mal ganz dringend einbauen. Was ist denn da mit mir getritten, hey? So grünen Mod, wo finde ich denn grünen Mod? Wer da auf die Rüte geritten ist, keine Ahnung. Hey, ho, Silver. Muss ich anfangen aufbauen. Strahlung, Entferner Mod. Fünf Stahl, fünf Kleber. Ähm, ich hätte so ein Ding noch auf Vorrat. Ach so, ja dann hätte er mit. Ähm, welche Kiste ist jetzt, ich, ich pack es einfach bei in die ähm, äh, Kleidung, ne, geht's. Okay. Da ist aber nicht drin. guck mal jetzt. Ja. Der Alkohol wirkt, Ja. Na ja, man merkt's. So. Wart wäre noch für eine Waffe gut, für die Pistole, habe ich, glaube ich, auch noch Platz. Sollen wir mal gucken. Da kann ich noch zwei Mods rein tun. Da kann ich ja eigentlich den Patronengürtel Mod, kann ich ja rein machen, ne? Äh, der hat ja nichts mit der Pistole zu tun. Ne, kannst du da nicht? Den kannst du ja überall hängen packen. Ja, aber wäre doch nicht schlecht, wenn der drin ist, oder? Ne, auf jeden Fall nicht. Na, der geht aber nicht rein. Scheiße. Der geht nicht in die Pistole. Nö, den musst du in die Brust oder, äh, ins Bein packen. In die Brust oder ins Bein, alles klar. Hm, was gibt's denn noch hier? Hm, 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 hm. Na gut. Gibt's auch nichts Interessantes mehr. Ähm, guck mal in deine Kiste. Ja. Wo dein Name draufsteht. Mhm. Äh, da ist ein Helm für dich drin. Ah ja. Der hat zwar noch nicht den, ähm, den Cowboyhood-Mod drin, aber du kannst da zumindest mal ein leid darauf packen habe ich auch gut was könnte man denn sonst noch bei die körper und mod schreibt tatsächlich ein ziemliches rares item zu sein aber der helm ist auf jeden fall besser aus als der der hut haben wir doch noch den baseball kappen mod reingetan nicht so aggressiv kann ich ja achten ob ich dachte jetzt schon nicht gibt es denn noch da gab es doch diesen trink links da dass man irgendwas reinsetzen kann das alles dringend wasser füllt ob das so sinnvoll ist wir haben doch alles was wir wollen ja das stimmt ja aber unterwegs findest du dreck wasser viel das kannst du dann auch so saufen aber wir haben eh keinen ah ja doch haben wohl ein haben gefunden so ist okay gut dann haben wir das okay jetzt gehen wir mal weiter eh komm her damit jetzt habe ich noch den leiser mach mod eingesetzt ich habe auch ein schluss frei also ja mal immer weiter weil ich habe einen puffer mantel als jacke an kollegische jacke ist besser kollegische jacke weil laufgeschwindigkeit ok nur eine haben so dann habe ich alteisen brustpanzer jetzt die frage willst du lieber leicht oder schwer tragen er will eigentlich am liebsten so leise wie möglich sein da musst du leichter ist so krank ok nämlich die mods raus die drinnen sind da ist die militärrüstung das beste ok was haben wir denn da jeder füttert eisen wie sieht die denn aus kann sein dass wir keine haben was doch militärwest ist das die alles ist das hört sich gut an oi alkohol wer man merkt ok schloss bei der stellvertretung haben wir es trotzdem lieben die die naja wir nehmen ja nicht mehr viel auf von daher ok da habe ich jetzt drin kühlmaschinen mod kühlmaschinen mod so patronengurt gedämpfter verbindungs mod und verbesserter fittings mod da kann man noch machen noch irgendein kommentar stefan bist du noch da wo bist denn hin er kommt ganz leise und dann kommt es halt ganz schlimm so das habe ich jetzt also an so anstatt der metallrüstung habe ich jetzt den kampfanzug wäste links dann so dann habe ich gefütterte handschuhe an das okay ich nehme mal aus der nicht antwort ja raus dann habe ich gefütterte beinschienen an kann man da noch irgendwas vernünftiges rein tun überall alles rein tun ja aber was denn zum beispiel und ich habe gefütterte stiefel an was für gefütterte stiefel eben sie zu dass du militärsachen trägst also am besten alles mit militär ja sicher ja was soll ich denn wissen ja was ist natürlich mischmaschrüstung gefällt mir so ja dann auch weiter so rum das kann man so lassen ja doch handschuhe haben wir noch und stiefel so sieht die welch schon wieder besser aus gut so stefan 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 ich schläft er sagt nichts mehr stefan ja ich habe einen p5 gefunden sehr gut stefan ich glaube er hat er sagte ich bin weg ich glaube da hat sich wirklich auf dem wett geschmissen oder sowas wirklich wie sagen wir uns schön das war einer zu viel also stefan wenn du das hörst wenn du das siehst ist nicht schlimm ich habe auch schon beim spielen getrunken ist echt nicht schlimm no worries ja also wirklich nimmt er hat jetzt sich zum herzen oder und sowas ja das ist okay das kann nicht immer passieren so also dann lasse ich mich mal jetzt so und dann machen wir beim nächsten mal weiter zum thema mods und ja ich danke euch allen beim zuschauen und guck mal der stefan steht hier sogar so mit dem kopf nach unten so als wenn er gerade im stehen eingenickt wäre magst du es allerdings auch alle schlafen schon na ich glaube auch also von daher ich danke euch allen bis dann tschüss ich danke euch allen 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 ich danke euch allen